In unserem heutigen Video wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie wir uns am besten treffen, was ist die richtige Form, um Gemeinschaft zu haben, um Kirche zu leben. Es gibt immer zwei Extreme in der Kirchengeschichte. Entweder man trifft sich nur im Großen, also nur in großen Events, Hallen, außergewöhnlichen Veranstaltungen oder nur die Hauskirche ist richtig, nur das Kleine ist Kirche. Aber wir glauben ganz fest, wenn wir die Bibel lesen, auch daran, dass es sowohl als auch ist und ich möchte euch mit reinnehmen in eine Bibelstelle aus der Apostelgeschichte. Wir sagen zu allem drumherum, wir sagen Input, Output, Big and Small und ich erkläre dir kurz, wie wir dazu kommen und was wir aus der Bibel heraus verstehen und dazu lesen wir gemeinsam jetzt die Bibelstelle aus der Apostelgeschichte. 2, Vers 42 bis 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs jeden Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Also auf der einen Seite sehen wir das Big durch Worship, Teaching, Community, diese große Kirche, die in Jerusalem sichtbar war. Und das ist für uns auch, das sind die Celebrations, das ist der Sonntagsevent, das ist Weihnachten, Ostern. Das sind diese Dinge, wo die Kraft Gottes sichtbar wird. Und es ist auch so, wenn wir zusammenkommen, dann erleben wir Gott gemeinsam, weil Gott gesagt hat, er wohnt dort, wo seine Leute gemeinsam worshipen. Also Worship, Predigen, große Events, öffentliche Community. Das ist das, wo wir sehen, das ist das Big auf der einen Seite. Das sind unsere Celebrations, saisonale Highlights. Und da sehen wir, da wird Gott im Großen sichtbar. Und gleichzeitig ist uns wichtig, dass wir small leben. Die persönliche geistliche Beziehung zu Jesus, die kann dir eine Celebration nicht abnehmen. Aber deine persönliche Beziehung wird Auswirkungen haben in der Öffentlichkeit. Und das heißt, das Bibellesen, Beten, dein persönliches Studium, deine Gebetsspaziergänge und deine kleine persönliche Zeit, aber auch deine Small Groups und dein Team, das sind diese kleinen Events, also big und small. Und deswegen ist uns das wichtig. Wir brauchen Input durch Predigten, wir brauchen Input durch das Wort Gottes, wir brauchen Input durch das, was die Leute, was wir an Teachings haben, an Videos haben. Aber auch über den Sonntag ist sehr viel Input natürlich über die Predigt. Auch in der Small Group haben wir auf der einen Seite Input. Und das ist sehr wichtig, dass wir guten Input haben und weiterkommen durch Seelsorge, durch Workshops, durch verschiedene Angebote. Schauen wir, dass wir gemeinsam regelmäßig Input haben. Das nennen wir dann, das ist, bleiben in der Lehre der Apostel. Das, was wir in der Bibel sehen, was die Leute niedergeschrieben haben, aus dem wollen wir lernen und in unserem Glauben wachsen. Aber gleichzeitig, wie beim Toten mehr, wenn es nur Input gibt und keinen Output, dann ist etwas schon zum Sterben verurteilt. Wenn du nur isst, wenn du jeden Tag zum McDonalds und zum Burger King und zum Kebab gehst und dich nicht bewegst, keinen Output hast, dann wirst du irgendwann verfetten, körperlich. Aber auch kann man geistlich verfetten und einfach ein ungesunder Christ sein. Und deswegen ist uns wichtig, dass der Output in unserem Leben auch genauso wichtig ist. Und dein Output macht einen Unterschied. Durch Mitarbeit in der Kirche, durch das, dass du für Menschen in deinem Umfeld betest, durch das, dass du selber etwas leitest, dass du dein Haus aufmachst, dass du auch kommst und gemeinsam worshipst mit anderen, dass du Leute einladest, dass sie mit dir gemeinsam die Bibel lesen, dass du an deinem Arbeitsplatz von Jesus erzählst, in deinem Gym oder egal, wo du hingehst, überall dort, wo du Leuten begegnest, sei offen, weil Gott möchte den Menschen durch dich begegnen. Das ist der Output. Wir lernen von Jesus und dann geben wir es weiter. Vielleicht ist es nur eine soziale Hilfe im Alltag. Vielleicht ist es eine Mitarbeit in der Kirche. Vielleicht ist es Verantwortung, Leiterschaft übernehmen. Oder vielleicht möchtest du mal eine Kirche gründen, eine Microchurch, whatever. Aber wenn Gott uns Input gibt, haben wir auch viele Möglichkeiten, Output zu leben. Und deshalb lasst uns das gesund leben in unserer Kirche. Wir schauen, dass wir uns im Großen treffen, im Kleinen, dass wir Input haben und Output. Und wenn wir das leben, werden wir gemeinsam als Kirche gesund. Aber auch du und ich werden persönlich in unserem Leben mit Jesus gesund und ausgeglichen sein. Und wir schauen, dass wir uns im Großen haben. Und wir schauen, dass wir uns im Großen haben.